Zeit für diesen Charakter Äh, ja Fahr am Rand weiter, fahr am Rand weiter, fahr am Rand weiter Die ist... Die kümmert sich gerade um die Slimes, fahr am Rand weiter Es, es war doch nicht hier Doch, wir waren Ozean Scheiße, war ja nicht drauf geachtet Ich sehe sie aktuell auch nicht Ach und willkommen zurück zu einer neuen Folge Walheim, ähm, das war gerade eine Spartanaufnahme Start, Dings, weil Seeschlange und so Ja Genau Eieieieieiei Land vor uns Vorsicht Gott Uff, eier, zum Glück habe ich das Viech gehört Das ist wieder ein mega XXL-Sumpf Das stimmt, oder? Ungefähr Äh, ja, also An der Seite jetzt erstmal Also zur rechten erstmal wirklich am Ufer weiterfahren Obwohl links ist auch wieder ein Sumpf Naja, XXL-Sumpf Ah, jetzt wird's gleich Tag Wir müssten sogar links ran zu dem Wenn da aber eben schon Ozean war, habe ich keine Lust darüber zu fahren Ach komm, Geronimo Mach Warte mal Ich bin gleich da lang, Alk Wenn du dir die Karte öffnest und dir das so in den Bogen guckt Es ist zur linken Die Drachenmutter Ja, ich weiß, dass die zur linken ist Aber glaubst du, egal Ich hätte jetzt gedacht, dass der Sumpf einen riesen Schlenker da lang macht Äh, wir müssten jede Seitenpassage mitnehmen Äh, la, das ist Ozean Naja, ich gucke schon, ich gucke schon Ich hätte die Harpune mitnehmen sollen Wir hätten das für ein Land ziehen können Und klatschen Schnauze, du Bootsfahrer Oh Gott Wie sieht's eigentlich aus? Hast du Rückenwind oder? Ich glaube, hier kommt gleich ein Stein voraus Oder es war eine optische Täuschung Links ist ein Stein, wo wir jetzt gerade sind Ja, ich hatte voraus auch eben gesehen gehabt Aber gut Da sind wir jetzt eh schon drüber Gute Zeit, das Gasland Gut, dann setze ich jetzt hier einen Katz Wenn die Seeschlange, wenn die Seeschlange auftaucht, die springen ins Wasser, du fährst weg, okay? Längst sie von mir ab? Hä? Ja Du bist so ein Haifutter Leute, das sehe ich jetzt Der Mast hat einen Schniepel Der hat einen Schniepel Okay Ich habe Gegenwind jetzt Oh, ernsthaft Na ja Ich habe Ausdauer und Gesundheitstrang dabei Ich werde dann überleben Dann bin ich mir nur 100 Wenn du 100 bist, könnte Äh Warte Ich muss kurz essen Dann habe ich wieder über 100 Leben Dann bin ich kein 100 mehr Wir fahren gleich auf Land Wir fahren auf Land Ach Darko, in der Bootsschule nichts gelernt Sind wir auf Land gefahren? Ja Da war eine kleine Mini-Insel Wir haben sogar Damage gekriegt Wie sieht es mit dem Boot aus? Wie sieht es mit dem Boot aus? Äh Oja Das hält noch was aus 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 Warum immer Gegenwind? Weil du fährst Weil du fährst Keine Begründung Für mich schon Jetzt kommt die Skelette Weiter geht hast du keine Feine mehr, bis wir neu sind Ich habe keine Feine mehr Ich habe noch 94 Und 100 Gift Passt alles Und wenn dann gehen wir vorher in den Dunkelwald Holen uns Sachen für ein Portal Passt alles Fast sind wir da Wir müssen noch mal was mehr Aufnahme ist noch an Alles gut Ach der Helm Die Hörner vom Helm Ja Wobei Ähm Ja Links siehst du den Berg halt Links siehst du ihn schon Das muss nicht der Berg sein Eine Milliarde Prozent ist das der Berg Das muss nicht der Berg sein Das ist größer als alle anderen Der Na und Das hat nichts zu bedeuten Fahr hin Naja da vorne ist nur Meerenge Das ist definitiv nicht der Berg Guck mal auf die Karte Wie weit wir noch weg sind Das ist der nicht Aber der ist deutlich größer als andere Na setz doch rüber jetzt Nein da vorne habe ich doch gesagt Warum? Weil ich hier doch nicht bei dem scheiß Ozean rüber setze Ach da ist es bloß ein bisschen dunkel im Wasser Du fährst halt wieder weg davon Siehst du da vorne wenn du so weit schauen könntest Ja ich sehe das Ja also Und Aber die Insel macht da vorne auch wieder einen Bogen Das ist dir bewusst Die Entfernung wird gleich bleiben Meine Güte Mimose Du wirst schuld wenn die Seeschlange kommt Alter Nenn mich doch einmal Mimose Weil warum fährst du jetzt so schräg hä? Weil warum fährst du jetzt so schräg hä? Das ist nicht der Berg Er gehört zur Bergskette würde ich sagen Wir können es ja so machen du fährst außen rum Ich renne über den Berg Nix doch Es gibt wahrscheinlich niemand außen rum Da wäre ich jetzt aber zur anderen Seite oder? Weil hier ist die ganze Zeit Ebene Ja Jawohl Könnte doch der Berg sein Da würde ich aber wirklich sagen Dreh jetzt nochmal um Und Na ja weil Da vorne kannst du nicht anhalten Da ist was mit Goblins Hier ist alles Ebene An der Ebene wollen wir das Boot nicht stehen lassen Das ist Ne Dann lieber in der Nähe vom Dunkelwald Und Hey Hey Höh Ich schwimm an Land Wieso bin ich auf jeden Fall rausgeflogen? Hä? Ja weil du gesprungen bist Ich bin doch da vor hochgesprungen Da ist nichts passiert Ich war ja bei voller Fahrt. Vielleicht deswegen. Ich konnte mich schreien. So, komm her. Äh, wie sieht's denn da vorne aus wegen Anliegen? Was ist denn das für ein Gebiet? Ebene. Au, 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 au. Au, au, au. Hey, rüste doch mal das Schild aus. Au. Äh. Da vorne kommt Dunkelwein, Alk. Freunde, ich bin gerade beschäftigt. Hab Anhang. Ich kann dir nicht helfen. Au. Ach du Scheiße. Jetzt verwendet ihr mich auf den letzten 10 Meter. Ja. Wird passieren. Keine Ausdauer. Ich habe noch 37 Leben. Au. Ach, da kommen noch mehr. Ich bin gleich down. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich bin tot. Fahr weg. Nein, ist so. Ist irgendwas in der Nähe gerade, wo du bist? Nee. Ich könnte in den Portal 3 gehen. Dann dort lang. Dort lang. Dann wäre ich eigentlich da. Das hier brauche ich nicht. Das hier werde ich mitnehmen. Was war das? Ausdauertrank. Ja, den nehme ich auf jeden Fall mit. Gesundheitsdings. Äh. Bronzestreit. Oh Gott. Welches waren alles jetzt besser? Das hier. ich bin da so weit ich bin da so weit ich glaube ich da auf dem weg haben wir noch frost schutzmittel ja das da wir haben nur noch würstel zu essen hier sieben marmelade noch und karottensüppchen gut das war jetzt portal 3 wo ich hin wollte genau okay dann muss ich einmal die sechs zu mir nehmen das das schild ausrüsten jetzt muss ich nur gucken welche richtung in dieser okay und ich sollte vielleicht was essen dass ich mehr leben und ausdauer habe auch nehmen was willst du von mir und noch einer ich denn alles für eine bergmann holz und stahl nur holz 10 holz weil hammer ist im boot drin da die richtung muss ich dann gut hier ist ein drachen soll ich das mitbringen so ausdauer voll aber wie viel da auf eben angeschissen gekommen sind das war ja nicht mehr normal du siehst du wo ich bin dauert nicht lange wenn mich die grauzwerge nicht ärgern würden oder die scheiß skelette du hast ein dunkelwald bei dir kannst du in die dungeons gehen und versuchen die roten rubine zu kriegen dann könnten wir nämlich im portal bauen weil ich bin auch gerade im dunkelwald ich glaube zwar dass du vorher da bist aber gut ja ja ich müsste ja hier dann auch erstmal alles bauen und fahren ja aber selbst wenn du es auch noch fahren musst dann lauf einfach aber es ist ne oh scheiße das nackscher aber selbst wenn fahren es trotzdem weil dann könnte man dort wieder ein portal setzen um weiter hinzufahren und silber zu holen und das dann mit dem boot abholen da können wir dann nämlich mit dem langen boot dahin fahren ich bin mein grad eiskalt umrand oh diese grauzwerge ja gut dann würde ich sagen ich beende die folge jetzt hier und ich starte sie wenn ich dann wieder bei meinem krab bin oder bei daco rockstar dancer till i drop my life is as hard if my home is the club my state is the dance your party never stops